Na du Heini Bär? Bist du Heini Bär? Dein Kopf sieht lustig aus gerade. Bist du jetzt nach der Mauser fleckig? Entschuldigung, ich würde es ja schön finden. So ein bisschen getupft. Hatten die Mabel mit dir gemacht? Wollte die dich rüberlocken? Guck mal, da hinten sitzt sie noch. Vielleicht kommt sie ja nochmal. Oh, 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 nein? Ja, nein, vielleicht? Heini Bärchen. Könntest du vielleicht bitte Danke ein Heini Bärchen sein? Ich glaube, das würde die Mabel sehr freuen. Fühlst du dich wieder voll gequatscht? Heini Bärchen, Heini Bärchen, Heini Bärchen. Keine Antwort? Ne? Na gut. Oh, hallo Tippi. Na Tippi, Tippi. Oh, du hast dir mal ein Klecks geschenkt. Du möchtest eins von den Wurmis, was da noch in der Schüssel ist, ja? Warte mal. Ups. Bitte schön. Guten Appetit. Wiedersehen. Ömmi. Ömmi, möchtest du auch noch ein Wurmi? Du hast schon ganz schön viele. Passt noch einer? Oh ja, passt noch einer. Ah, yummy, 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 yummy. Warte Zwerge nicht jetzt runterhopsen, wenn der Ömmi sein Wurm isst. Nuck, 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 nuck. Gleich ist er drin. Mhh, köstliche Sache das. Großer Wurm im kleinen Ömmi. Die machen komische Sachen, Bad Zwerge. Die essen Würmer. Genau, setz dich mal noch ein bisschen auf mein Knie. Dann habe ich meine Arme wieder frei. Piepnase. Piepnase. Nicht mehr Piepnase machen? Manu, machst du gerne Piepnase bei dir? Ja, ich weiß, du bist jetzt ein großes Taubi. Ein großes, erwachsenes Taubi bist du. Fast, ne? Piep. Entschuldigung.